Nachdenkseiten Die kritische Website Deutschland ist faktisch Kriegspartei Ein Artikel von Sevim Dadelen Die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, kurz WD, gehen mit Blick auf die massive militärische Unterstützung der Ukraine durch den Westen der Frage nach, wann ein Staat zur Konfliktpartei wird. Nimmt man die Kriterien der WD ernst, ist Deutschland mit den NATO-Verbündeten angesichts der massiven Waffenlieferungen sowie den militärischen Ausbildungsprogrammen zur Verbesserung der Schlagkraft der ukrainischen Armee und kontinuierlichen nachrichtendienstlichen Informationen für die Kriegsführung Kiews inzwischen Kriegspartei. Das schlussfolgert Sevim Dadelen, die die Untersuchung beauftragt hat. Sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Die Frage, ob Deutschland Kriegspartei im Ukraine-Krieg ist, hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock politisch eindeutig beantwortet. Entgegen der mantrahaften Beteuerung der Bundesregierung, die militärische Unterstützung der Ukraine mache Deutschland nicht zur Kriegspartei, stellte Baerbock Anfang des Jahres in mutmaßlich unbedachter Ehrlichkeit fest. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen, die massive Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffen sowie intensive nachrichtendienstliche und militärstrategische Zusammenarbeit geben ihr Recht. Deutschland und seine NATO-Verbündeten sind maßgeblich in dem Stellvertreterkrieg gegen Russland auf ukrainischem Territorium involviert. Ist Deutschland damit aus völkerrechtlicher Sicht Kriegspartei? Dieser Frage gehen die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages in einer aktuellen von mir beauftragten Ausarbeitung nach, die im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt ist. Insbesondere angesichts der enormen Ausweitung der Quantität und Qualität der militärischen Unterstützung für die Ukraine geben die Ausführungen Grund zu der Annahme, dass das Narrativ der Nichtkriegsführung der Bundesregierung inzwischen auch völkerrechtlich auf äußerst wackeligen Beinen steht. Zunächst einmal stellen die wissenschaftlichen Dienste fest, dass die Kriterien, deren vorliegenden Status als Konfliktpartei begründet, in Literatur und Staatenpraxis nicht unumstritten seien. Einen völkerrechtlich verbindlichen Kriterienkatalog gäbe es nicht. Zwischen militärischer Unterstützung einer Konfliktpartei und eigener Konfliktteilnahme lägen vielmehr rechtliche Grauzonen. Um diese Grauzonen auszuleuchten, unterscheiden die wissenschaftlichen Dienste zwischen zwei Dimensionen. Zum einen geht es um die Frage, wann ein Staat durch die Unterstützung einer Kriegspartei, etwa in Form von Waffenlieferungen, selbst unmittelbar an dem Konflikt teilnimmt, sprich Konfliktpartei ist. Die völkerrechtliche Grundlage hierfür bildet das humanitäre Völkerrecht, das sogenannte Use in Bello. Zur Diskussion steht zum anderen die Frage, wann eine militärische Unterstützungsleistung als indirekte Gewaltanwendung zu bewerten ist. Die Beurteilung hiervon fußt auf dem Friedenssicherungsrecht, dem Jus ad bellum. Aus diesen beiden Rechtsquellen ergeben sich, so die wissenschaftlichen Dienste, Kriterien und Qualifikationsmerkmale, anhand derer bewertet werden kann, wann militärische Unterstützungsleistungen völkerrechtlich als Konfliktteilnahme des Unterstützerstaates beziehungsweise als indirekte Gewaltanwendung gewertet werden könne. Wo genau die rechtliche Schwelle zwischen Konfliktunterstützung und Konfliktteilnahme beziehungsweise Gewaltausübung liegt, werde in der Völkerrechtswissenschaft intensiv diskutiert. In jedem Fall würden, so die Autoren des Gutachtens, politische Faustformeln wie Wer lediglich Waffen liefert, wird nicht zur Konfliktpartei, die rechtlich komplexen Debatten verkürzen und die Rechtslage nur ungenau abbilden. Status der sogenannten Mitkriegsführung Laut wissenschaftlicher Dienste vertreten Teile der wissenschaftlichen Literatur die Auffassung, dass eine Teilnahme an Feindseligkeiten nicht erst dann vorliege, wenn eine Partei unmittelbare militärische Gewalt anwendet, also etwa eigene Streitkräfte entsendet, sondern bereits dann, wenn Vorbereitungs- und Unterstützungshandlungen zugunsten einer Konfliktpartei geleistet werden. Ein solches weites Verständnis von Konfliktteilnahme sieht den Status der sogenannten Mitkriegsführung durch, Zitat, Nach dieser Definition wäre Deutschland Konfliktpartei, kann die Lieferung von Waffen an die Ukraine in Höhe von insgesamt über 10 Milliarden doch durchaus als erheblich gelten. Eine engere Definition, die laut wissenschaftlicher Dienste von weiten Teilen der Völkerrechtslehre vertreten werde, führt für das Überschreiten der Schwelle zur Konfliktteilnahme zwei Kriterien ins Feld. Zum einen müsse die Unterstützungshandlung zu einer kausalen und direkten Schädigung des Gegners beitragen, in zeitlicher und geografischer Nähe zum Schadensereignis stehen, sowie eine gewisse Intensitätsschwelle überschreiten. Zum anderen bedürfe es eines gemeinsamen koordinierten Vorgehens, etwa durch Unterstützung bei der Zielauswahl, dem sogenannten Targeting. Auch mit Blick auf diese engere Definition kann man zu dem Ergebnis kommen, dass das Agieren der Bundesregierung die Kriterien zur Konfliktteilnahme erfüllt. Schließlich steht wohl außer Frage, dass die von Deutschland gelieferten Panzerhaubitzen, Mehrfachraketenwerfer, Schützen- und Kampfpanzer schwere Schäden bei der Konfliktpartei hervorrufen können. Auch ist bekannt, dass der Bundesnachrichtendienst BND die Ukraine mit militärisch nutzbaren Geheimdienstinformationen, sogenannten targetingfähigen Informationen wie Satellitenbilder versorgt. Inwieweit die Behauptung des BND zutrifft, diese wären nicht unmittelbar für Planung und Steuerung tödliche Angriffe nutzbar, lässt sich nicht zweifelsfrei überprüfen. Einfluss auf Gewaltanwendung Noch eindeutiger erscheint die Antwort auf die zweite Frage, nämlich ob der Umfang und die Substanz der Waffenlieferungen westlicher Staaten an die Ukraine mittlerweile die Qualität einer indirekten Gewaltanwendung erreicht haben. In diesem Zusammenhang beziehen sich die wissenschaftlichen Dienste auf ein Gutachten der Regierungsnahen Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP, vom Februar 2023. Hiernach verliefert die Schwelle zwischen militärischer Unterstützung und indirekter Gewaltanwendung dort, Zitat, Zudem müsste der liefernde Staat seinerseits die Absicht haben, mittels der Waffenlieferungen dazu beizutragen, dass der Drittstaat zu einem bestimmten Verhalten gezwungen werde. Laut wissenschaftlichem Dienst besteht das zentrale Kriterium für das Vorliegen einer indirekten Gewaltanwendung darin, ob die Unterstützungsleistungen das Geschehen auf dem Schlachtfeld in einer Weise prägen, dass der unterstützte Staat ohne sie nicht in der Lage wäre, Gewalt von vergleichbarer Intensität und Effektivität auszuüben. Dass die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine dieses Kriterium erfüllen, legt eine Einschätzung der Stiftung Wissenschaft und Politik nahe. Zitat, Die Schlagkraft der ukrainischen Streitkräfte hängt wesentlich von dauerhaften Waffennachschub aus dem Ausland ab. Und auch die Ausbildung, die ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Partnerländern erhalten, ist, ebenso wie die nachrichtendienstlichen Informationen, die von westlichen Geheimdiensten übermittelt werden, von essentieller Bedeutung für den Erfolg der Truppen auf dem Schlachtfeld. Man muss sogar davon ausgehen, dass westliche Staaten durch die Bereitstellung wachsender Mengen an schlagkräftigen Waffensystemen immer mehr Einfluss auf den Kriegsverlauf nehmen und nehmen wollen. Zitat Ende. Gewisses Unbehagen Völkerrechtlich ist eine indirekte Gewaltanwendung zwar nicht mit einer Konfliktteilnahme deckungsgleich. Die Beobachtung, dass die NATO mit ihrer militärischen und geheimdienstlichen Unterstützung maßgeblich Einfluss auf die Kriegsführung der Ukraine nimmt, lässt jedoch nur eine Schlussfolgerung zu. Der Westen ist im Krieg gegen Russland faktisch Kriegspartei. Auch wenn in dem Gutachten selbst eine klare völkerrechtliche Festlegung zu dieser Frage vermieden wird, können die wissenschaftlichen Dienste Zitat Ein gewisses Unbehagen an der juristischen und rhetorischen Orchestrierung der westlichen Unterstützung kaum verhehlen. Zitat Ende. Das gilt etwa für das politische Schlagwort von der sogenannten Kampfjet-Allianz, das, so die Autoren des Gutachtens, jedenfalls schon rein semantisch über den logistischen Vorgang einer Lieferung von Flugzeugen hinausgeht. Laut einer Schätzung des US-Außenministeriums im April 2023 haben die fast 50 Unterstützerstaaten der Ukraine seit dem Kriegsausbruch militärische Hilfe in Höhe von annähernd 50 Milliarden Dollar geleistet. Während die Quantität der Waffenlieferungen aberwitzige Ausmaße annimmt, fällt bei der Qualität der Waffenlieferungen ein Tabu nach dem nächsten. Anstatt politisch wie völkerrechtlich immer weiter in Richtung indirekter Kriegsbeteiligung zu schlittern, dürfen die Bundesregierung und ihre westlichen Verbündeten Verhandlungsinitiativen für einen bedingungslosen Waffenstillstand und eine Friedenslösung nicht länger boykottieren. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.